Guten Morgen, Freunde. Wir haben es. 10 Uhr und gleich sind wir live. Ich habe mir mal vorgestellt, dass ich die Moderation mache, weil der Tobi ist ein bisschen im Stress. Wir können mal gerne reinkommen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben echt coole Shirts gemacht, by the way. Hat der liebe Falco gemacht. Nur mal kuss auf jeden Fall an Falco. Dahinten ist auch der Tobi. Tobi! Wir haben auch jetzt beide Designs erreicht. Wir haben Sobox Grau und Sobox Weiß. Einmal mit Schrift und einmal ohne Schrift. Ja, also wir haben gut gepowert. Ich war jetzt noch ein paar Wochen vorher nicht da. Wir haben jetzt echt innerhalb von zwei Tagen das hier so ein bisschen aufgerockt, das Ganze. Wir haben ein schönes Streaming Setup gebaut hier, auch für die Workshops, dass die Leute nachher hier sitzen können. Ich bin ein bisschen aufgeregt, bin gespannt, wie es wird und hoffe, dass wir einfach eine gute Zeit hier haben werden. Ich muss noch ein paar Sachen machen. Ich gehe weiter, ich erzähle ein bisschen weiter. Hier haben wir ein kleines Setup mit zwei Kameras. Alle Sachen, die jetzt auch hier im Stream passiert sind, haben wir aufgenommen und die werden auch auf YouTube kommen. Wir haben auch schon den Rolli. Ich bin geschockt. Wie geht's dir? Mir geht's noch gut, ne? Ich sage immer zu Roland Rolli. Das ist ein coolerer Name, oder? Aber ich habe Angst vor ihm. Und was hast du dir vorgestellt bei deinem Aquascaper? Also, ich werde hier ein Aquascaper, so eine Mischung Biotope Aquascaping. Es geht mir eigentlich jetzt nicht, das 595. Das Skate zu bauen, sondern ich will ein bisschen was drum erzählen, wie komme ich zur Inspiration dazu. Ich will einfach anregen, was man machen kann, um halt ein schönes Skate zu machen, wo die Ideen herkommen, dass man auch langfristig. Ich meine, du kaufst es einmal, das muss irgendwie so interessant sein, dass es sich auch in fünf Jahren noch interessiert, sag ich mal im Idealfall. Ich habe schon gesagt, ich setze viel auf Roland, ne? Ich bin Fan von Roland. Ich sage, Roland muss was Geiles scheppern, ne? Mach nicht so viel Druck hier. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter, wir starten den Stream und melden uns später. Tschüssi! Wir kommen jetzt schon. Hi! Ja Leute, herzlich willkommen zum Zohox Livestream. Roland macht unseren Opener. Wir haben ein kleines Aquarium gewählt. Wir fangen mit einem 60er an. Wer da ist, ihr könnt euch gerne setzen. Kommt alle ran, den Platz. Kriegen wir mal los, ne? Viel Spaß, Roland. Danke. Wir sind gerade dran. Wir sind in der nächsten Mal. Wir haben jetzt wieder ein paar Leute die Gäste gemacht. Das ist das Stausch. Ich will heute in den nächsten Mal. Ich möchte morgen in Gäste schaffen. Das ist in die Grafikcode. Ich habe hier auch ein paar Geräte und ein paar Geräte. Ich mache es mehr natural, und dann kann man sehen, dass es auch ein Drakon gibt. Ja, ja. Normalerweise, ich möchte ein paar Chancen zeigen, um die Eastern Kultur zu zeigen, weil ein Drakon ist ein Kindes-Lucky Symbol. Es ist nicht wirklich ein Drakon, sondern es fühlt sich wie ein Drakon. Das ist ein Kindes-Rough-Drawing. Ah, okay. Daher gibt es keine Verbindung. So, Sie versuchen es zu tun? Ja, meine Methoden zu tun ist, dass es ein Drakon ist. Das ist ein Drakon, und ich schaue es. Und dann fühle ich es. Dann kann ich es machen. Wenn ich ein Drakon habe, dann werde ich es für ein paar Tage machen. Und dann habe ich das Schatzbuch und dann habe ich die Lösung gefunden. Und dann kann ich das Drakon sein. Und dann kann ich das Drakon sein. Ja, vielleicht nach einem Jahr. Dann habe ich es vergründet. Dann habe ich es für ein Jahrzehnt. Und dann habe ich eine Lösung gefunden. Und dann habe ich die Lösung gefunden. Und dann habe ich das Drakon. Und dann habe ich das Drakon. Also, zu meiner Linken haben wir Stefan. Und ich muss sagen, dass ich selber schon das eine oder andere Video gesehen habe. Ja, 100 Prozent. Worauf freust du dich am meisten? Also ich bin mir noch nicht sicher. Adam Pacella ist mega nice, der hat es drauf mit den Steinen. Und ich bin gespannt, was er zaubert, weil ich war schon bei ein paar Workshops von ihm tatsächlich. Und die sind immer cool, weil am Anfang sind die Steine halt groß und hübsch und dann legt die da rein und dann sieht es noch hübscher aus. Und wenn ich jetzt schau, ist schon der Mann mit den Zauberhänden. Der puzzelt so ein paar Steine zusammen und am Anfang sieht es ganz komisch aus und macht es so ein bisschen links, ein bisschen rechts und auf einmal ist mega nice. Und dann sieht es auf jeden Fall krass aus. Der hat es echt drauf. Nee, mir ist Theresa Laza. Auch ein Highlight. Worauf freust du dich am meisten für dieses Event? Worauf hast du am meisten Bock? Ich bin mir interessiert, dass ich mich mit dem Bezüge. Ich liebe mich mit dem Bezüge. Ich liebe neue Bezüge. Ich liebe neue Bezüge, dass ich in dieser Situation bin, wenn wir uns beherrschen, wir uns beherrschen, lernen, von anderen Aquascapern. Das ist alles. Das ist die ganze Zeit, die Atmosphäre. Wie kommt Sie auf Ihre Aquascape? Ihr seht schon, es wird ganz wild jetzt. Der Fabian baut gerade auf. Ich freue mich mega, Euch heute ein bisschen zu zeigen, wie ich sein Aquarium einrichte, wenn es ein bisschen Richtung Contests geht. Die meisten Contests, die wir so machen, bei denen wir so teilnehmen, sind ja eigentlich immer Fotowettbewerbe. Ich baue eigentlich die Kamera schon beim Aquarium, baue sozusagen vor dem Aquarium auf und trage das Bild live. Und das ist extrem hilfreich, weil ich direkt halt wirklich bei jedem Stein sehe, wie genau es sieht aus. Musik Wir gehen mal ein bisschen zurück und schauen uns das Aquarium an. Vielleicht wird es ja auch ein, zwei Worte dazu sagen. Man muss auch sagen, dass du noch nicht ganz fertig geworden bist in den drei Stunden leider. Ja, es war auch ein bisschen von aus zu gehen. Es war natürlich sehr viel für diese kurze Zeit. Ich habe noch nicht so viele Live-Dinge gesehen, wo jemand was für Richtung Wettbewerb gescapt hat. Ich fand das eine coole Herausforderung. Ich finde es auf jeden Fall auch ein sehr cooles Ergebnis. Wie gesagt, ein paar Tweaks braucht es noch und wir machen es noch fertig. Und dann bin ich aber eigentlich überzeugt, dass es ganz cool wird. Ich wünschte, in Berlin hätten wir so eine Laden wie Zoobox, also die Hardscape-Auswahl ist hier der Wahnsinn. So einfach ist es mit Inspiration in Berlin gar nicht. Ich nehme mittlerweile sehr viel Inspiration aus Instagram, Pinterest, Artstation, IO, also so verschiedenen Seiten. Bei dem hier kam eine Inspiration tatsächlich von zwei, drei anderen Aquascapes, die früher schon mal gemacht wurden. Ja, in dem Fall, das ist jetzt ja auch noch mal eine Replik von meinem eigenen IAP-LC-Werk im letzten Jahr. Jetzt wieder die Frage, die wir schon tausendmal hatten. Auf wen freut ihr euch am meisten? Also ich muss sagen, ich fand das jetzt von Fabian wirklich schön. Ich kenne Fabian ja auch persönlich schon ein bisschen länger und ich habe natürlich auch seine IAP-LC-Werke jetzt ein bisschen verfolgt und so. Und ich finde, der hat eine richtig, richtig krasse Entwicklung durchgemacht und deshalb fand ich das so richtig schön jetzt zu sehen, dass er dann live auch mittlerweile da mehr macht und da so ein bisschen was zeigt. Und das war ja auch wieder ziemlich ausgefallen. Ich bin nicht ganz so drin in diesem Gen, wer da jetzt was macht, aber Fabian hat das gerade sehr gut gemacht. Ich bin tatsächlich erst relativ spät gekommen. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, das live so was zu machen vor Publikum. Ich mag so diesen kunsttheoretischen Ansatz, dass man sich Formen überlegt und Kontrastverhältnisse überlegt und Linienführungen überlegt. Das mag ich ganz gerne. Deshalb gucke ich mir auch tatsächlich sehr gerne klassische Kunst an. Als Ausgangspunkt auch für Aquascapes, weil man einfach sehr viel lernen kann, wie einfach eine gute Komposition funktioniert. Und ob ich das in einem Aquaren umsetze oder auf einem Mild umsetze, ist fast egal am Ende. Bei mir ist es tatsächlich ursprünglich die Biotop-Aquaristik und da bin ich auch immer noch voll der Freund von. Sehr, sehr geil, weil damit will ich gerade anfangen. Ja, genau. Und das hat natürlich gestalterisch eine ganz andere Voraussetzung als ein Aquascape. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass man das natürlich auch verbinden kann und zwar in allen möglichen Abstufungen. Bedeutet, man darf auch in einem Biotop-Aquarium Gestaltungsregeln einsetzen und das entsprechend versuchen einigermaßen zu gestalten. Es muss nicht immer nur der Steinhaufen oder Laufhaufen sein. Ich finde viele sind interessant, aber jetzt einen Adam Bascheller. Ein 150p bei einem großen Aquarium. Die Steinleuts, die er immer baut, sind schon immer faszinierend. Also würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eines der Highlights. Ja, sonst waren schon interessante Sachen dabei. Auch von Fabian, das Contest-Aquarium. Das ist echt cool. Vor allem in der kurzen Zeit muss man ja auch sagen, weil normalerweise, wenn man sein Contest-Aquarium aufbaut, das ist ja Barbo. So Leute, ich mache kurz eine Moderation in Deutsch. Christian wird das gleich noch mal kurz ins Englisch übersetzen, weil der Workshop wird in Englisch laufen. Hallo, da bin ich nochmal. Jetzt der letzte Workshop, den wir heute haben. Wir haben den Meister auf Hardscape of Stone hier. Adam Pacella von Poland. Und ich bin sehr froh, dass er hier sonst jetzt in die große Kunst der Rocks & Mountains einführt. Wir sind hier alle zusammen, haben Spaß, haben gute Aquascapes. Und heute haben wir den Meister von Hardscape, den Meister von Steinen, Adam. Wir haben viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wunderbar. Ich bin sehr, sehr happy mit dem, was Adam hier uns hingestellt hat. Ich hoffe, euch hört das genauso gut. Er findet es genauso stark wie ich. Es wird hier bleiben, es wird trocken bleiben. Es wird einfach mein Hardscape werden. Ich freue mich da total über. So, wir machen morgen weiter. 10 Uhr geht es weiter. Wir haben Bockhakt, ist dabei. Und dann vielen Dank, dass ihr da wart. Bye-bye. Ciao. So, Freunde. Wir sind am Ende. Wir haben es geschafft. Der erste Tag. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen. Ich bin super, super happy, dass Nico so viel Zeit, Energie und Kraft hier reingestellt hat, mich hier zu unterstützen. Es hat gut geklappt. Ich bin total viele Leute. Ich bin total happy. Unser Livestream hat sehr gut funktioniert. Ich hoffe, dass die Leute das auch wirklich feiern, dass euch dieses Video jetzt auch gefällt. Ich danke auch Johnny, dem Mann, der gerade die Kamera ganz wackelig hält. Auch Mappa, wo ich sage, hat... Bitte. Johnny, der Arme, ist mir ganz seit der Militarien. Wenn wir am Drehen waren, ganz seit so nach oben und er sagt so, bei Thomas ist das irgendwie chilliger. Da muss der Kandel wieder größer. Da kann ich mich einfach irgendwie so abschützen. Aber bei Nico ist das immer irgendwie so schwer. Nee, Leute. Cool. Danke, dass ihr dabei wart. Liken, kommentieren, abonnieren. Habe ich gelernt. Soll ich das mal sagen. Liken, teilen, abonnieren. Und ansonsten, wenn ihr mehr Bock habt auf solche Livestreams, auf solche Events, lasst uns gerne mit einem Daumen hoch oder mit einem netten Kommentar. Ansonsten wünschen wir euch... Viel Spaß beim nächsten Video.